Ihr seid heute hier, um Gutes zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle mitmacht. Vorhang, auf für die tollen Künstler und Künstlerinnen. Ihr seid wirklich wieder da nach Corona. Ein Live-Publikum hier im wunderbaren Bürgerhaus Denzling. Es sind nicht nur Gäste hier vor Ort heute Abend, sondern wir haben auch einen Live-Stream. Sie sind heute alle hierher gekommen, um gemeinsam mit mir die Stiftung Menschen für Menschen zu unterstützen. Unser Motto heißt Machen wirkt. Wir sind seit 40 Jahren in Äthiopien. Wir sind für die Menschen da. Vielen, vielen Dank für Ihren großartigen Einsatz. Heute sehen, dass es möglichst schnell, effektiv und bei den Menschen anschaut. Engagement ist immer nur so stark für die Menschen, die dahinter stehen. Und heute sind sie stark, weil sie sich trotz Corona auf den Weg gemacht haben hierher und diesen Abend mit uns zusammen eben begehen. Und wir haben wieder fantastische Künstler heute Abend hier auf der Bühne. Begrüßen Sie das Duo Yingling. Die Tanzgruppe meiner Frau, Elena, Provocation Dance. Die Tanzgruppe meiner Frau, Elena, Provocation Dance. Duett komplett. Die Tanzgruppe meiner Frau, Elena, Provocation Dance. Musik Musik – Musik – Musik – »Kann ich dir beh�нич sein?« – Oh Gott! Oh Gott! Mä-Jig! Musik – Musik – Musik – Musik – Musik – Musik –otion – homo –aan 대한 über die Treppe wieder nach unten gehen. Großen Applaus für Jakob! Alles, alles Gute! Auf Wiedersehen! Ihr Willi Auerbach. Dankeschön! Willi ist ein großartiger Botschafter für die Stiftung, weil er sich schon so viele Jahre durch alle Phasen immer begleitet hat, vor allem selbst in Corona-Zeiten. Ein durch und durch auch so positiver Mensch, der in jeder Krise eine Chance sieht, was sehr zu uns passt, weil wir auch mal versuchen, aus dem, was aussichtslos erscheint, was zu machen. Er organisiert dann immer wieder so Benefits-Geschichten, wo wir dann immer natürlich gern dabei sind. Heute hat es richtig Spaß gemacht, weil heute war Publikum da und dafür keine Gage. Aber das haben wir gerne gemacht, weil es war ja für Äthiopien, für die Menschen. Also ein wunderbares Programm. Sehr abwechslungsreich. Nicht nur Zauberei, sondern Show, Tanzen, Akrobatik. Gefällt mir also sehr gut. Man sitzt hautnah dran und staunt nur. Also die größte Motivation war wirklich für mich, vor Ort zu sehen, was mit dem Geld passiert. Ich war zweimal in Äthiopien, konnte die Projekte wirklich vor Ort anschauen, habe mit Menschen gesprochen, die von der Hilfe profitieren. Und das motiviert mich wirklich, weil wir leben in einer wirklich ungerechten Welt. Wir hier im Westen in großem Wohlstand und die Menschen in Afrika haben teilweise überhaupt gar nichts. Und damit die Welt ein bisschen gerechter machen zu können, das ist die Motivation.